Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Nachmittag aus unserer Schlagmann Zentrale in Zeiland. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Schlagmann Akademie begrüßen zu unserem Dienstagswebinar, wie jeden ersten Dienstag des Monats um 16 Uhr. Heute zu dem Thema einfach massiv bauen, Low-Tech Gebäude in der Praxis. Mein Name ist Robert Hummels, Schlagmann Bauberatung. Ich führe Sie heute durch das Thema, die nächsten 40, 45 Minuten und mit mir am Start ist mein Kollege Benedikt Bittmann, ebenfalls Schlagmann Bauberatung. Wir sitzen halt nebeneinander. Bene, gib das Wort an dich weiter. Robert, danke. Ja, also ich bin für die Fragen zuständig, wenn also irgendwas nicht ganz klar ist. Schriftliche Fragen stellen, sie sind erst umgeschaltet und entweder werden wir die Frage dann erklären im Vortrag oder ich durch Füße geantworten. Okay, dann gebe ich an Robert weiter und dann schönen Nachmittag. Danke, Bene. So, bevor wir ins Thema einsteigen, noch ganz kurz technische Hinweise, dass die Präsentation bei Ihnen optimal läuft. Am besten ist, wenn Sie sämtliche Programme im Hintergrund schließen. Sie sind als Teilnehmer, wir haben schon gesagt, automatisch stumm geschaltet. Die Fragen können sehr gern zu uns über die Fettfunktion, über den Button bei Ihnen mit dem Fragezeichen links im Fenster zu uns reinschicken. Der Kollege Benedikt Bittmann wird die dann bearbeiten oder zu mir weitergeben, je nachdem. Die Fragen, die können nur wir beide lesen. Also für die anderen Teilnehmer sind die Fragen nicht sichtbar. Wir haben den heutigen Vortrag natürlich auch wieder in einem Skript zusammengefasst. Die Vortragsfolien, die können Sie unter dem Download-Button als PDF-Skript herunterladen und haben das dann bei Ihnen auch zum Nachlesen. Und das ist jetzt, wäre für uns intern noch eine Hilfe. Wir schicken Ihnen morgen oder übermorgen im Nachgang des Webinars noch eine kleine Umfrage-E-Mail. Da bedanken wir uns jetzt schon recht herzlich für ein paar Minuten, die Sie sich da Zeit nehmen könnten. Wir freuen uns über Ihre Anregungen oder auch wenn etwas nicht so gut war, dass Sie uns das mitteilen. Natürlich auch über Ihr Lob, wenn Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Ja und dann steigen wir aber jetzt gleich ein in das Thema und ich möchte Sie zur Einstimmung mitnehmen. Jetzt gleich über das verlängerte Wochenende oder in den Pfingstperien stellen wir uns gar. Wir sind nicht mehr im Büro. Wir sind jetzt unterwegs in Richtung Bodensee. Wir machen eine Bootstour, eine Segeltour auf dem schönen Bodensee bei einem frühsommerlichen Wetter. Es ist ein idealer Sonnentag draußen. Wir haben so 22, 24 Grad Temperatur. Man kann sich ganz locker anziehen. Man braucht keine Jacke. Es geht eine angenehme Brise. Das Boot treibt sich selber über den See und mit diesen schönen Urlaubseindrücken oder einfach Natur-Eindrücken auf dem See, Da kann man dann Begriffe verbinden. Ja, angenehmes Klima. Das Ganze funktioniert ohne Motor, ohne Geräusche, ohne Fremdenergie. Man fühlt sich, wenn man es aus dem Gebäudebereich überträgt, behaglich. Man braucht hier keine Jacke. Es ist einfach eine ideale Umgebungstemperatur. Wir haben hier eine Selbsttemperierung. Insgesamt fühlt man sich dort sehr, sehr wohl in so einer Situation, in so einer Zeit auf diesem See. Wenn wir jetzt anliegen mit unserem Segelboot am Bodensee, gehen ein paar hundert Meter vom Seeufer weg, dann kommen wir in Lustenau am Bodensee zu diesem Gebäude und man kann mit dem Gebäude, wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, vielleicht auch mal hineingeht in das Gebäude, genau die gleichen Begriffe verbinden wie mit dieser angenehmen Segeltour. Wir haben ein angenehmes Raumklima. Das Gebäude funktioniert ohne große Haustechnik. Es ist das ganze Jahr über ein behagliches Raumtemperaturgefüge in dem Gebäude drinnen. Wir bewegen uns irgendwo so zwischen 22 und 26 Grad. Das Gebäude temperiert sich sowohl im Sommer als auch im Winter selber und man kann es zusammenfassen als Wohlfühlgebäude. Was steckt da für Ansatz dahinter? Was war die Idee des Ganzen? Ich habe schon gesagt, das Gebäude steht im Lustenau in der Nähe vom Bodensee im Vorarlberg in Österreich. Es hat den Namen 2226 bekommen und das ist jetzt nicht irgendein Geburtsdatum der Kinder des Architekten oder irgendeine andere Schnapszahl. Es ist ganz bewusst so gewählt. Es ist der Temperaturbereich, in dem man sagt, da fühlen sich der Großteil der Bewohner eines Gebäudes wohl, wenn die Raumtemperatur zwischen 22 und 26 Jahren über den Jahresverlauf schwankt. Das Gebäude ist 2013 gebaut worden vom Architekturbüro Baumschlager Eberle. Die beiden Köpfe, Bürogründer, der Herr Baumschlager und der Herr Eberle, die haben sich hier überlegt, sie wollen ein Gebäude, ein gutmütiges Gebäude bauen, das möglichst mit wenig Haustechnik auskommt. Der Hauptverantwortliche, der Dietmar Eberle, einer der beiden Partner, hat in seinen vielen Jahrzehnten Planertätigkeit, nicht nur in Österreich, sondern auch international ist er das Bürostadt tätig, hat er schon sämtliche Bauweisen gebaut, ob das jetzt ein Holzbau war oder ein Stahlbau. Er hat sehr viele Glasfassaden entworfen und er hat auch technisch extrem ausgestattete High-End-Gebäude schon entwickelt und hier hat er gesagt, er möchte es jetzt eigentlich auf die Wurzeln zurückführen, er möchte ein ganz einfaches Gebäude, das die von Natur aus begebene Wärmespeicherfähigkeit der Baustoff benutzt, das möchte er eigentlich bauen. Er möchte ein Monolithen bauen ohne künstliche zusätzliche Dämmung. Er will auf die Heizung verzichten. Anspruch war, dass auch keine Kühlung im Sommer, keine aktive Kühlung über eine Klimaanlage oder Lüftung erfolgt. Er hat auch auf einem Sonnenschutz, auf einem mechanischen, sprich kein RAF-Steuer, kein Rollladen, auf diesen Sonnenschutz hat er verzichtet und hat das Ganze als Kubus gewählt, Abmessungen 24 mal 24 mal 24 Meter. Der Kubus ist auch bewusst gewählt worden, warum? Wenn man die Würfelform hernimmt, der Würfel hat immer das günstigste Verhältnis von kleiner Außenfläche zu großem Innenvolumen, sodass man also wenig Wärmeübertragung in die Fläche hat im Vergleich zu dem maximal möglichen Innenvolumen. Jetzt schauen wir gleich mal auf die Baustelle. Wie hat das damals während dem Rohbau ausgeschaut, vor gut 10 Jahren? Das ist jetzt der Blick auf die Außenwand und da fällt jetzt sofort auf, das ist kein Standard-Außenwand, keine einschalige Außenwand mit Wanddäcke 36, 5, 42, 5 oder 49. Wir haben hier eine dickere Außenwand, nämlich sind zwei Außenwandziegel aneinandergesetzt worden, sodass sich hier eine Außenwanddicke von 2 mal 38 Zentimetern, also 76 Zentimetern ergibt. Warum ist das so gewählt worden? Der Eberle wollte maximale Massen zur Speicherfähigkeit auch in der Außenwand, er wollte eine schwere Außenwand bei gleichzeitig optimalem Wärmeschutz. Wir sind hier bei einem U-Wert von 0,12, der sich aus dieser Wanddicke und den hochwärmedämmenden porosierten Ziegeln ergibt, also deutlich unter dem Passivhausstandard, der ja in der Größenordnung 0,15 liegt. Für die Innenwand ist ein etwas weniger porosierter, etwas schwererer Ziegel mit einem geringeren Lochanteil gewählt worden. Der benimmt die Tragfunktion des Gebäudes und die Funktionen eines guten Schallschutzes zwischen den Geschossen und der Außen ist ein hochwärmedämmender umgefüllter Ziegel, wo das Gebäude quasi als Verkleidung gesetzt worden. In dem Fall sind die Ziegel halbhoch gegeneinander versetzt worden, die einzelnen Ziegelreihen. Das hat aber keinen besonderen Grund, das ist eben bei diesem Gebäude halt so gewählt worden. Wir sehen halt noch andere Beispiele, da ist die Ausführung leicht anders. Der Grundansatz ist aber auch bei den Beispielgebäuden, die wir uns noch miteinander anschauen, immer der gleiche. Und warum haben wir hier das Ziegelmaß 38 cm? Das hat einfach nur den Hintergrund, das Gebäude ist in Österreich, gebaut in Österreich, weicht man vom optometrischen Ziegelmaß, sprich 30, 36, 5, 42, 5 wie in Deutschland. Da weichen die Österreicher ein bisschen ab und haben eben hier statt ein 36, 5, das 38er Format. Wir schauen uns weiter noch ein Rohbaubild an. Wir nehmen jetzt nur die Innenwand dazu, gleiche Stelle, gleiches Detail. Auch die Innenwände sind hier in schwerer Ziegelbauweise ausgeführt worden. Und die Geschossdecken als Betondecken, bewusst als Betondecken, in der Geschossdeckendicke 25 cm, dass man eine hohe Wärmespeicherfähigkeit auch über die schweren Geschossdecken erreicht. Hier nochmal zwei Bilder auf den Rohbau. Sie sehen hier die Deckenkonstruktion, das sind ganz einfache Halbfertigteildecken, Standarddeckenaufbau, der hier zum Einsatz gekommen ist. Man hat keine Klimadecke, Sie sehen keine Lüftungsleitungen in der Decke oder Kühlleitungen. Das ist alles nicht erforderlich. Auf die filigranen Elemente ist einfach dann der Aufbeton noch ausgeführt worden. Wir sehen hier auch nochmal einen Blick auf die Innenwände, die zu dem Bauzeitpunkt gerade erstellt worden sind. Und das war jetzt auch keine besondere Baufirma, die das gemacht hat. Einfach eine regionale Baufirma in Vorarlberg. Wir haben das ganz normal mit ihren Standardbauteilen und Standardbaustoffen ausgeführt. Einzig, dass die Baustoffe dicker sind als normalerweise, als üblich eingesetzt und höhere Rohdichten aufweisen. Insgesamt hier schon die Zusammenfassung an der Stelle. Es geht immer um den Ansatz schwere Bauteile mit hoher Wärmekapazität, sprich hoher Wärmespeicherfähigkeit. Das ist der Grundgedanke, die Grundphilosophie, die hinter diesen Low-Tech-Gebäuden steckt. Low-Tech heißt, wir haben wenig Haustechnik und das ist die einzige Haustechnik, die es in dem Gebäude gibt. Wir müssen hier nicht in einen Technikraum oder in eine Heizzentrale schauen, sondern einzig über die bodentiefen Fenster, die ganz weit innen angeschlagen sind. Das sehen Sie schon, die sind also bündig innen mit der Innenkante des Außenmauerwerks angeschlagen, wird der Sonnenschutz schon optimal eingestellt. Durch diese hohe, schlanke Fensterform führt es dazu, dass man im Winter, wenn der Sonnenstand niedrig ist, dass man hier einen optimalen Lichteinfall, optimale Ausleuchtung und Erwärmung der Innenräume erreicht. Im Sommer, wenn die Sonne hingegen im Zenit ist, ganz hoch steht, dann ergibt es hier eine natürliche Verschattung. Die Sonnenstrahlen kommen nicht weit ins Gebäude rein und erwärmen dann auch das Gebäude nicht so stark. Die Lüftung erfolgt über einen festen Drehflügel, der hier, kann man es ja kennen, oben und unten über einen kleinen Kettenantrieb gesteuert wird, und zwar gesteuert in Abhängigkeit der CO2-Konzentration und der Raumtemperatur, wie es im Gebäude vorherrscht. Ab einer bestimmten CO2-Grenzkonzentration und Überschreitung einer bestimmten Rauminnentemperatur geht der Flügel automatisch auf, für bestimmte Zeit, meistens für ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten, schließt dann wieder automatisch und so wird also die Raumtemperatur und die Raumluftqualität geregelt. Das ist quasi die Lüftungsanlage des Gebäudes. Und hier auch bei der Haustechnik habe ich noch den Innen- und Außenputz genannt, wobei also für das Klima innerhalb des Gebäudes ist ja nur der Innenputz verantwortlich, der ist ja bewusst als Kaltputz mit einem diffusionsoffenen Silikatanstrich ausgeführt worden, so dass man einfach die feuchte Ausgleichsfähigkeit der Wand, die Diffusionsfähigkeit der Wand aufrecht erhält. Die Wand atmet ja nicht, das ist immer eher der Laien-Ausdruck, sondern die Wand gleicht die feuchte Konzentrationen, den feuchte Gehalt der Innenluft aus. Und das ist eben auch über diesen Innenputz als Kaltputz sehr optimal möglich. Also soweit hier die Haustechnik ganz einfach zusammengefasst. Jetzt ist das Gebäude ja lange geplant worden. Das war jetzt kein verhemdärmlicher Versuch, dass man einmal einen Kubus einfach auf die Wiese gestellt hat und hat dann mal gesagt, naja, wird es schon irgendwie klappen. Wir hängen jetzt ein paar Thermometer rein und dann überwachten wir das. Nein, also das Gebäude ist im Vorfeld schon klimatechnisch simuliert worden. Das Büro Baumschlager Eberle wurde hier unterstützt vom Professor Junghans und vom Herrn Dr. Widerin. Beides zwei sehr gute Bauphysiker und der Herr Dr. Widerin hat übrigens auch sein Büro in diesem Gebäude dann später bezogen. Und was Sie hier sehen, das ist eine recht interessante Temperaturkurvendarstellung. Das Blaue sind die Außentemperaturverhältnisse in Lustenau, dort wo das Gebäude steht. Im Januar haben wir da minus 10 Grad, dann geht das im Sommer am Bodensee rauf bis immer wieder mal deutlicher über 30 Grad und dann fällt die Temperatur wieder ab in einem Bereich minus 5, minus 7 Grad. Also typische klimatische Bedingungen in der Nähe der Berge. Und die grüne Kurve, die Sie hier sehen, das ist jetzt die Temperaturkurve, die sich einstellen würde. Die Temperaturkurve theoretisch, die sich einstellt, wenn man in dem Gebäude regelungstechnisch überhaupt nicht eingreift. Also das ist jetzt, wer die Temperatur, die sich entwickelt, wenn das Gebäude wie eine Kirche dort steht und man greift weder über Nachtlüftung oder über die Beheizung, Abwärme, Beleuchtung oder elektrische Geräte in dem Haus in die Temperaturentwicklung ein. Rechts sehen Sie es auch, die Kurve stellt quasi the building without the control system dar. Also ohne jegliche Kontrolle und dann wird sie eine Temperatur minimal im Winter, Spätwinter von 18 Grad einstellen. Und im Sommer geht es rauf bis 28 Grad. Wenn man die Kurve anschaut, das Grau hinterlegte, wäre hier so der behagliche Bereich, wo wir eigentlich sein sollten. Der Zielbereich, so ca. 21, 22 Grad bis 26 Grad. Ab Mai bis August funktioniert das von selber prima. Da muss man gar nichts machen bei dem Gebäude. Ab August, September heizt sich das Gebäude oder wird sich das Gebäude dann schon stärker als die 26 Grad aufheizen. Dem regelt man aber dann gegen über die Lüftungsfenster und über die Nachtlüftung. Da kann man also diese Temperaturspitze wegkappen. Ab Oktober bis in den Dezember rein haben wir wieder einen behaglichen Bereich. Dann wird es so Ende Januar bis Anfang Mai, wird es eigentlich zu ungemütlich, zu kalt. Und diese Temperaturniedrigung, die bringt man wieder weg oder wird in dem Gebäude quasi beseitigt durch die Abwärme der Beleuchtung, der elektrischen Geräte, der Server in dem Gebäude und der Frischwasserstationen. Das reicht also aus. Die Wände haben wir einen Top-U-Wert. Das Gebäude ist top gedämmt, dass man hier wieder die Temperatur ohne zusätzliche Heizung in den behaglichen Bereich bringt. Jetzt hier ein paar Eindrücke, wie es in dem Gebäude innen ausschaut. Im Erdgeschoss ist eine Galerie untergebracht. Wenn man auf die andere Gebäude-Seite im Erdgeschoss geht, dort ist quasi eine Kantine, eine schöne Cafeteria, wo also die Leute in dem Gebäude arbeiten, auch bekocht werden. Und sie treffen können, wenn wir jetzt in die oberen Geschosse gehen. Dort haben wir Büronutzung. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Büroteil von Baumschlager Eberle Architekten selber. Und auch die oberen Etagen werden dann alle als Büro genutzt. Also Wohnnutzung haben wir in diesem Gebäude keine. Ja und vor gut zehn Jahren war das also schon eine absolut interessante, spannende Geschichte. Die Geschichte ist es immer noch, aber vor zehn Jahren hat es dann auch viele, viele Fachberichte über das Gebäude gegeben. Und der Prototyp 2226 hat dann auch einige Nachfolger generiert. Das wären jetzt die Praxisbeispiele, die ich Ihnen jetzt noch in den nächsten Minuten, die nächste Zeit vorstellen möchte. Gehen wir mal nach Berlin. Bauprojekt Schwibusser Straße. Man sieht, das Gebäude ist auch ähnlich von der Außenerscheinung. Wie das 2226 in Lustenau ist kein Zufall, ist auch vom Baumschlager Eberle abgewandelt. Die Fenster haben nicht mehr ganz die konsequente, hohe, bodentiefe Form. Allerdings die Fenster sind wieder eine außergewöhnlich dicke Außenwand mit einem sehr guten U-Wert wieder. Also die Grundkennzeichen des 2226 sind auch hier übernommen worden. Das wären jetzt die Kenndaten für das Projekt Schwibusser Straße zusammengefasst. Wir haben das Baujahr 2021, also es ist vor drei Jahren fertig geworden. Hier wird wieder das Baumaterial als Wärmespeicher und als Kühlmedium genutzt. Innenputz ist wieder ein Kalkputz. Die Verschattung läuft nur über die tiefe Anordnung der Fenster mit Innenanschlag. Wir haben also keine zusätzliche Verschattung. Das Gebäude ist nicht gekühlt. Es ist wieder ein reiner Monolith ohne zusätzliches Wärmedämmverbundsystem. Aber das ist jetzt die kleine Besonderheit hier oder die kleine Abweichung vom Gebäude in Lustenau. Wir haben hier schon eine Fußbodenheizung, die mit einer kleinen Luftwasserwärmepumpe und eigener PV am Dach größtenteils gespeist wird. Warum? Der Bauherr wollte einfach hier auf Nummer sicher gehen und war nicht so experimentierfreudig wie Baumschlager Eberle in Lustenau. Also zu 100% sichergestellt sind, dass an keinem Tag die 22 Grad Innentemperatur unterschritten werden. Und wenn man das wirklich dann langfristig garantieren will, dann muss man also hier zu einer relativ kleindimensionierten Flächenheizung zum Beispiel greifen. Dann funktioniert aber das Ganze ebenfalls sehr gut. Baumschlager Eberle hat noch weitere Objekte, die immer wieder das gleiche Grundprinzip anwenden, zwischenzeitlich schon gebaut. Und ich gehe da am Schluss auch noch kurz ein, wo Sie sich das selber noch anschauen können. Der Auswandaufbau in der Schwibuster Straße in Berlin war innen ein Objektsiedel, 42,5 cm in der Dicke, relativ schwerer Objektsiedel, ein S10-Proton. Und außen, um den U-Wert noch zu verbessern, wird eine Ziedeldämmschale, unser Proton WDF mit 12 cm Dicke vorgesetzt, sodass wir auf eine Gesamtdicke 54,5 cm kommen. Die Gesamtdicke, wie in Lustenau mit 73 bzw. 76 cm, war hier aufgrund der Flächenausnutzung nicht ganz möglich. Man hat sich ja dann für diesen etwas schlankeren Aufbau, aber trotzdem mit einem optimalen U-Wert 0,15 entschieden. Jetzt stehen aber solche Gebäude nicht nur in der Landeshauptstadt oder in irgendwelchen großen Metapolen. Wenn man einfach bei uns in der Nähe bleibt und ins Altmühltal fährt, Richtung Eichstätt nach Kindling, dort gibt es auch schon einige Jahre ein Gebäude, das die 2226-Philosophie voll übernommen hat. Das Gebäude gehört der ETS-Didaktik und der Geschäftsführer, sehr technikbegeisterter und innovativer Kopf, hat hier mit einem Architekten aus dem Altmühltal, regionalen Partner. Genau dieses Konzept konsequent verfolgt für seinen Büro- und Schulungsgebäude, Neubau. Sie sehen hier auch die Fensterform, so wie beim 2226 in Lustenau. Das Gebäude ist insgesamt aber ein bisschen langgestreckter, aber auch die zweischaltige Außenwand. Das hat auch einen eigenen Namen bekommen, 73, massiv anders. Warum 73? Warum heißt das Gebäude 73? Ja, das kommt auch wieder aus der Außenwandkonstruktion. Wir haben hier zweimal die 36,5er Außenwandaufbau-Schale, also zweischaltigen Aufbau mit zwei Ziteln nebeneinander, die dann zweimal 36,5, 73 cm dick sind. Und das war hier dann der Aufhänger für diesen Gebäude genommen. Sie sehen hier die Aufnahme von den Oberarbeiten im Erdgeschoss. Da wird es eine Frau geben. Und wo sind die Schalen jetzt verbunden, die zwei Ziteln schalen? Ja, wo sind die Schalen verbunden und das sehen wir jetzt gleich auch noch. So, das sehen wir auch nicht. Gut. Kommen wir auf der nächsten Folie dann noch eine schöne Detailaufnahme. Das wäre jetzt ein Blick in das Obergeschoss. Hier sieht man den schönen Licht- und Schatten-Einfall in den Obergeschossen über die bodentiefen Fenster. Hier wurden die Fensterelemente, die wurden dann auch innen angeschlagen, also auch komplett wie in Lustenau. Ein bisschen ist der Architekt und der Bauherr aber dann vom Konzept der schweren Bauteile beim Dach abgewichen. Also man hat hier keine Betondecke ausgeführt, sondern es sollte ein Sichtdachstuhl werden, mit einer Aufspan-Dämmung funktioniert. Deswegen auch sehr gut, auch sowas ist möglich. Also man muss das Prinzip aus Lustenau zu wirklich immer 100% umsetzen. Und hier jetzt das Detail. Da kann man jetzt ganz gut auch die Frage der Verbindung beider Schalen erläutern. Sie sehen, die zwei 36 Firmware-Außenwandziegel sind auf gleicher Höhe parallel gemauert worden. Und wir sind die verbunden. Wir sind über Flachstahlverbinder in ca. jeder zweiten Ziegelreihe miteinander verbunden. Ansonsten ist es ein Planziegelmauerwerk mit Dünnbettmörtel, klassische Sturzkonstruktionen mit einer thermischen Trennung innen. Und hier nochmal die Projektdaten kurz zusammengefasst. Wir haben also ein Monolith. Auch wieder mit der natürlichen Verschattung über die tiefen Fensterlaibungen. Baumaterial ist Wärmespeicher und Kühlmedium in einem. Innenputz wurde als Kaltputz ausgeführt. Es gibt keine Klima- und keine Lüftungsanlage in dem Gebäude. Allerdings auch hier wieder eine kleine Flächenheizung dazu, weil hier auch wieder 100% sichergestellt werden sollte. Das war der Anspruch von Bauern, dass im Winter also an keinem Tag unter die 22 Grad Innentemperatur abfallen muss in dem Gebäude. Wurde wurde hier eben über einen kleinen Eisspeicher mit Wärmepumpe ausgeführt und realisiert. Die Außenwand besteht hier aus den 36 5er-Schalen-Proton U9 mit einem U-Wert in einem wirklich Top-Bereich 0,12, der sich hier bei dieser 73er-Außenwandbreite ergibt. Hier wieder ein Blick in Anführungszeichen auf die Haustechnik. Wir haben wieder einen Fensterflügel, der über einen Kettenantrieb gesteuert, geöffnet und geschlossen wird. Auch wieder je nach CO2-Konzentration und den Temperaturbedingungen im Innenraum. Also die Fensterlüftung ist CO2- und Temperatur geregelt. Hat auch funktioniert sehr gut. Ansonsten sind es ganz helle, freundliche Innenräume. Und dass das System funktioniert, sieht man bei einem Gebäude, bei einem Projekt immer dann, wenn es einen Bauabschnitt 2 gibt. Wenn sich der Bauherr oder die Nutzer entscheiden, das Ganze nochmal so durchzuführen. Und das Gebäude hat einen Zwilling bekommen. Und zwar im Jahr 2022, fünf Jahre später, ist es das zweite Schulungsgebäude, Kinding 2, gebaut worden. Mit genau der gleichen Planung, dem gleichen Architekten, Paulus Eckerle aus dem Altmülltal, mit der gleichen Baufirma und den gleichen Handwerkern. Also der Beweis, dass das System einfach sehr gut funktioniert. Wir bleiben weiter in der Region. Muss man nicht weit fahren. Wir gehen von Oberbayern nach Rohr in Niederbayern. Dort baut großer deutschlandweit tätiger Baustoffhändler momentan seine Verwaltung neu. Auch hier wird dieser zweischalige Auswandaufbau mit 73er Wand und U-Wert 0,12 umgesetzt. Hier ein Schnitt durch das Gebäude. Sie sehen hier die deutlich dickere Auswand. Auch die 25er Betondeckendicke wurde übernommen, wie in Lustenau. Es ist auch wieder ein eher kubisch, also würfelförmig ausgebildetes Gebäude mit einem schönen Rechteckvolumen. Und hier auch wieder eben die Auswand kurz zusammengefasst in einer Objektsiegel, um den Schallschutz und die statischen Anforderungen gut zu erfüllen. Und hier ein und außen ein ungedämmter U9 vorgemauert mit einer Gesamtdicke 73 cm und U-Wert 0,12. Nächstes Beispiel aus der Region. Wir gehen nach Preising. Der Kollege Benedikt Bittmann hat dieses Bauverhaben betreut und betreut das auch noch. Es ist jetzt gerade in der Rohbauphase. Hier wird der Domberg in Preising von der Diözese Preising erweitert. Die Planer sind ja Bruno Fioretti und Marquez Architekten aus Berlin und es geht hier um diesen Anbau. Auf der linken Seite wird ein neues Betten- und Apartmenthaus, Übernachtungsgebäude an das Dombergareal angebaut. Das ist jetzt das einzige Gebäude, oder das Gebäude zeichnet sich heute Nachmittag dadurch aus, dass wir hier eine Wohnnutzung haben. Alle anderen Nutzungen, die ich Ihnen bisher vorgestellt habe, waren Büro-, Verwaltungs- oder Schulungsnutzungen. Und hier haben wir sogar eine Wohnnutzung, die auch mit diesen sehr gut wärmedämmenden Bauteilen und den Massen der Wärmespeicherfähigkeit der eingesetzten Bauteile arbeitet. Und da schauen wir jetzt auch wieder in den Schnitt rein, da kann man sich das dann gut vorstellen, wie das Gebäude entworfen wurde. Wir haben hier eine Außenwand auch wieder zweischalig aufgebaut. Ansonsten aber schon mit ein paar Abweichungen zu dem Baumschlager-Eberle-Prinzip. Jetzt ziehen wir uns das Ganze mal ein bisschen größer und schauen in die Konstruktion rein. Wir haben hier nämlich einen Außenwand-Siegel, auch wieder 42.5 Lambda 09. Sehr gute Wärmedämmqualität mit hoher statischer Tragfähigkeit und sehr guter Schalldämmung mit einem hohen Schalldämmmaß. Und hier wurde von den Planern das Prinzip, dass die Innenschale trägt und die technischen Funktionen übernimmt, umgedreht. Hier trägt schon die Außenschale, wie bei einem klassischen monolithischen Neubau, Rohbau und die schwere Innenschale, die dämmt, aber in erster Linie auch nochmal Masse, also Gewicht, Wärmespeicherfähigkeit ins Gebäude reinbringt. Das ist dann ein 24er, rohdichte 08-Siegel, Lambda 016, der dann als nicht tragende Innenwand vor diese Objektsiegelwand vorgesetzt wurde. Es ergibt sich hier eine Gesamtwanddicke mit 67 cm und einem U-Wert von 0,156. Also wir sind ja auch wieder im Passivhausbereich unterwegs. Hier sind es die Konstruktion, die jetzt schon etwas abweicht vom Gebäude in Lustenau oder von dem Baumschlager-Eberle-Prinzip. Die wurde ja etwas anderer Ansatz gewählt, unter anderem, weil man auch die Fenster nicht innen anschlagen wollte, sondern klassisch im mittleren Wandbereich angeschlagen hat. Außen der 42 5er Objektsiegel, die alle statischen und schalltechnischen Funktionen bei gleichzeitig guter Wärmedämmung übernimmt und innen an der T16 24 vorgemauert und über Flachstahlverbinder mit der Außenschale verbunden. Zum Fensterdetail noch hat jetzt mit dem zweischaltigen Aufbau etwas weniger zu tun, aber hier wurde auch die Wärmebrücke natürlich ein konstruktives Detail minimiert. Die Wärmebrücke der Fensterlaibung, indem man die Fenster mit Anschlag ausbildet. Hier ist also eine Proton-Anschlagschale und das Außenmauerwerk nur mit Dünnbildmörtel angeklebt, sodass man hier auch einen ganz geringen Psi-Wert für das Fensterlaibungsdetail erreicht. Und jetzt zu der Frage, die eben vor ein paar Minuten gestellt worden ist. Hier sieht man es nochmal im Detail, über ganz normale Flachstahlverbinder sind immer die beiden Wandschalen miteinander verbunden und sind so statisch, kraftschlüssig zueinander gesichert. Hier noch ein Ausschnitt aus dem Deckenknoten. Bei dem Gebäude dürfte das Planungsteam einige neue Sachen ausprobieren. Das war ja ganz bewusst gewünscht und es ist ja keine Standardbetondecke, komplette Massivbetondecke ausgeführt worden, sondern hier kommt eine Holzbetonverbunddecke mit einem Holzträger, der die Zugkräfte übernimmt und dem Aufbeton, der die Masse ins Gebäude reinbringt, zum Einsatz. Diese Holzbetonverbunddecke lagert auf der S9 42 5er Schale auf und hier sehen Sie dann innen auch wieder die 24er T16 Schale, nicht tragend vorgemauert, sogar mit drei Zentimeter Entkopplung über einen Weichschaumstoff zur Decke. Und die Idee wird also nicht nur von einigen Architekturbüros aufgegriffen. Das freut uns ganz besonders, dass auch in der Hochschularbeit, in der Ausbildung des Bauingenieurnachwuchs diese Idee ganz spannend gefunden worden ist und bearbeitet worden ist. Unter anderem an der OTH in Regensburg mit einer Bachelorarbeit Aufgabenstellung Schule ohne Heizung. Offiziell hat diese Bachelorarbeit Machbarkeitsanalyse in der Schulkomplexe ohne Heizungs- und Klimatechnik in Anlehnung an das Prinzip des Gebäudes 2226 geheißen. Das ist eine aktuelle Bachelorarbeit aus dem Jahr 2023 von Frau Lili Marleen Mierlach, damals Bachelorstudentin an der OTH in Regensburg. Mittlerweile macht sie ihre Masterarbeit und die Frau Mierlach hat hier eine sehr, sehr gute Bachelorarbeit gearbeitet, die dann auch vom Bayerischen Bauindustrieverband mit dem Hochschulpreis 2023 honoriert und ausgezeichnet worden ist. Also besonders gute Arbeit, die sich wirklich fachlich absolut hervorhebt. Und ich möchte hier nur ganz kurz auf die Zusammenfassung von Frau Mierlach eingehen. So hat das Gebäude rausgeschaut, also es ist ein tiefer Bauchhörter gewesen, der untersucht worden ist. Ein Kubus für eine kleine Grundschule mit vier Klassen und Funktionsräumen. Und ich möchte nur hier ihre Zusammenfassung zeigen, die sie bei ihrer Präsentation in München zur Preisverleihung gehalten hat. Die Ergebnisse, die sie erzielt haben, waren die energetischen Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz sind für dieses Gebäude auch ohne zusätzliche Heizung über die sehr guten Denkqualitäten und Speicherfähigkeiten erfüllt. Allerdings, was wir jetzt auch schon bei einigen Beispielen, die ich heute gezeigt habe, gesehen haben, das Raumklima im Winter ist unter normalen Nutzungsumständen nicht an allen Wintertagen erfüllbar. Das heißt, auch hier war die Empfehlung, zusätzlich eine kleindimensionierte elektrische Wärmequelle ins Haus reinzubringen. Das kann jetzt sein, eben auch über elektrische Wärmedemplaten oder über elektrische Flächenheizung oder über eine zum Beispiel, der Vorschlag war eine kleine Luftwärmepumpe, also die Aktivierung über Fußbodenheizung war hier gar nicht erforderlich. Und zusammengefasst hat die Familie noch das Ganze dann, Schule ohne Klimatechnik, ohne Lüftung ist auf jeden Fall möglich. Schule ganz ohne Heizung, nur bedingt möglich. An wenigen Tagen braucht man so schon Unterstützung, daher kleindimensionierte Heizung. Aber durch das sehr gute energetische Gebäudeplanungsniveau können, das ist auch sehr, sehr wichtig für den Unterhalt, für den Betreiber, für die Gemeinden dieses Schulgebäudes, können die Gebäudebetriebskosten sehr gering gefolgt werden. Wenn Sie das ganze Thema jetzt spannend finden und sich da noch selber weiter damit beschäftigen wollen, da gibt es sehr gut das Infomaterial. Ich möchte als erstes mal auf die Homepage 2226 von Baumschlager-Eberle-Architekten verweisen. Dort sind das 2226 Originalgebäude und dann einige schon gebaute Nachfolgegebäude sehr schön dargestellt. Dann gibt es zu den 2226 auch ein sehr interessantes Buch, die Temperatur der Architektur mit vielen Berichten zum Gedanken, zur Idee, die hinter dem Gebäude steckt, zur Bauausführung des Gebäudes und dann später auch zum Monitoring des Gebäudes, wie das Gebäude dann auch tatsächlich in der Praxis funktioniert hat. Auch wir vom Schlagmann haben für das ETS-Didaktikgebäude in Kindung zusammen mit dem Alltagten Paulus Eckerle ein Buch veröffentlicht, unter dem Namen 73 massiv anders, auch mit vielen Bildern, wo Sie also die praktische Ausführung dann gut nachlesen können. Wenn Sie Fragen haben, wir stehen Ihnen in der Schlagmann-Bauberatung, wie gewohnt, hier sehr gerne zur Verfügung. Und ich möchte dann das heutige Webinar noch... Es gibt nur zwei Fragen. Ah so, okay. Ich habe jetzt gewartet, bist du im Vortrag? Also, die erste Frage war nochmal die Verbindung zwischen den zwei Schalen. Beim ersten Gebäude waren ja die Zielhöhen versetzt, sind Lustenau. Wie sind sie denn da verbunden worden, die Schalen? Da sind die Schalen über die Betondecken miteinander verbunden. Die Schalen sind quasi über die Betondecken gefasst. Okay. Und sind nicht direkt untereinander verbunden. Dann ist eine wichtige Frage zu dem Preis, zu den Kosten. Also, sichern wir uns natürlich immer U-Werte vergleichen, aber wenn wir das Klassische mit einem Stahlbeton-Bau, werden wir dem Verbundsystem in Passivhausbauweise vergleicht, gegen 72 oder 73 Gebäude. Wie liegen wir denn da ungefähr? Die 73er Außenwand, einfach weil man zwei Schalen hat und einfach den doppelten Materialeinsatz haben, da liegen wir sicher höher, wie bei einer Konstruktion, die den U-Wert mit dem Verbundsystem erreicht, einfach weil mehr Masse im Einsatz ist. Sie können sich das eigentlich ganz einfach selber kalkulieren. Nur die Kosten, die Herstellkosten für die 36,5er Außenwand mal zwei nehmen, dann haben Sie die Kosten für den Wandaufbau. Putz brauchen wir ja nicht doppelt. Wir haben einen Innenputz und einen Außenputz. Der bleibt also gleich wie bei der klassischen 36,5er Außenwand. Aber eben durch den höheren Materialinsatz werden Sie also jetzt am Anfang schon mal etwas höhere Herstellkosten ergeben, die aber durch die Einsparung bei der Haustechnik deutlich amortisiert werden. Perfekt. Gut, danke. Dann fassen wir die Folien, die wir uns angeschaut haben, noch kurz zusammen und ziehen ein kurzes Resümee. Ich möchte Ihnen hier noch ein Bild von Herrn Eberle zeigen, dem Kopf hinter diesem ganzen System. Er geht hier durch seinen Europa-Industienau. Ich denke, er schaut ganz kritisch auf die Bauteile, ist aber dann auf jeden Fall zufrieden. Also es ist so, wie er sich das vorgestellt hat. Und man kann sagen, die Idee, der Ansatz, dass man das Gebäude selbst temperiert und die Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile voll ausnutzt, der funktioniert in der Praxis sehr gut. Das haben die letzten zehn Jahre auf jeden Fall gewiesen. Wir haben einen minimalen haustechnischen Einsatz bei diesem Gebäude. Dadurch ergeben sich deutliche Herstellkostenreduzierungen in der Kostengruppe 400. Und da machen wir jetzt noch einen kurzen Ausflug. Es gibt hier eine hochinteressante Preisauswertung über die Entwicklung der Baupreise die letzten 20 Jahre. Es ist eine Kostenausstellung vom Pestel-Institut, die im Januar 2023 veröffentlicht wurde. Und hier wurden die Baupreise aus dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2022, also über 22 Jahre betrachtet und verglichen miteinander. Und hier haben wir beim Obbau über die gut 20 Jahre eine circa knapp Verdopplung gehabt der Herstellkosten von 530 auf gut 1000 Euro. Beim Ausbau eine gute Verdopplung von 330 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche auf 750 Euro. Bei den technischen Ausbau-Gewerken haben wir aber eine Verdopplung, sondern ums Dreieinhalbfache sind da die Kosten gestiegen von 124 auf 430 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Das denkt sich jetzt auch, denke ich mit Ihren Erfahrungen, dass die Haustechnik, also alles was mit Heizung, Lüftung, Sanitär zu tun hat, überproportional die letzten Jahre preislich angestiegen ist. Und hier haben wir dann einen entsprechend großen Hebel, die Kosten zu reduzieren. Weiter ergeben sich natürlich geringe Unterhaltskosten, das ist immer ein Vorteil bei dieser Bauweise. Alles was ich nicht an Technik habe, produziert keine Kosten, nicht nur in der Herstellung, sondern auch im Betrieb kann auch nicht kaputt gehen. Wir haben ein behagliches Raumklima, wir haben eine absolut regionale Bauweise. Der Ziegel kommt normalerweise direkt aus der Region, wird nicht weiter als gute 100 Kilometer transportiert. Wir haben langlebige Baustoffe, wir haben einen absolut simplen Bauteilaufbau, man braucht keine Spezialisten für diese Ausführung. Ganz normale Baumeister bauen dieses Haus und insbesondere wenn man sich für einen Gebäudeentwurf, für eine Verwaltungsnutzung, Büros oder Schulen interessiert, ist das auf jeden Fall ein ganz guter und intelligenter Ansatz, eleganter Ansatz, hier ein sehr wirtschaftliches Gebäude zu erstellen. Wenn Sie noch Fragen haben, mein Kollege, der Benedikt Bildmann, als auch ich stehen Ihnen sehr gern zur Verfügung. Im Skript sind unsere Kontaktdaten auch mit abgedruckt und unter der Telefonnummer unserer Bauberatungshotline können Sie jeden Tag anrufen. Sie bekommen hierzu auch Auskünfte und unsere Hinweise zu dem Thema. Und dann möchte ich an der Stelle noch auf das nächste Webinar hinweisen. Am Dienstag, am ersten Dienstag im Juni um 16 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Ort. Dann zum Thema Luftdichtheit von Gebäuden in Ziegelmassivbauweise. Und ich schaue gerade auf die Teilnehmeranzahl. Wir waren heute 90 Teilnehmer, sehr erfreuliche Teilnehmerzahl. Wenn Sie Interesse haben, wählen Sie sich einfach kostenlos am 4.6. wieder mit ein. Dann bleiben wir nur, dass ich mich herzlich bedanke für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir beide verabschieden uns jetzt, oder? Ja, genau, wir verabschieden uns wieder und sehen uns vielleicht in vier Wochen wieder. Genau. Alles klar. Schöner Machen wir dann. Viele Grüße, schönen Abendmiddag. Vielen Dank.